Hallo, ich bin Esmar. Ich komme aus dem Iran. Meine Heimatstadt ist Esfahan. Esfahan ist 4500 Kilometer entfernt von Steyr. Das heißt, du kannst von Wien in 4,5 Stunden mit dem Flugzeug nach Teheran gehen. Die Sprache im Iran ist Farsi oder Persisch. Man schreibt von rechts nach links. Zum Beispiel habe ich Hallo in Farsi geschrieben. Jetzt möchte ich euch zeigen, was in einem Koffer ist, wenn man von der Iranischen Reise zurückkommt. Da sieht man zum Beispiel die Iranische Handwerke. Das ist ein Teller, das heißt Minakari. Da gibt es auch ein Tischtuch, das heißt Therme. Und natürlich, jeder kennt herzische Fettige. Im Iran gibt es spezielle Gewürze, berühmste ist Safran oder Kuchen. Iranische Frauen kochen gerne und die verbringen viel Zeit in der Küche. Ich trinke gerne schwarzen Tee mit kleinem Zucker, wie in Iran. Das ist die rheinische Safran Reis. Das war unsere Reise. Weiter Sie können einfach sehen, die Lebensbrötigkeiten von meiner Heimatstelle sehen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.